Moin, ich bin Basti und Head Roaster hier in der Ape Gold Kaffee Rösterei und das ist der Espresso 9 Bar und die Idee hinter dem Kaffee ist, dass er halt schmeckt wie so ein typischer Italien-Urlaub. Das heißt schön kräftig, typische Röstaromen, kaum Säure und perfekt an jeder Bar zuzubereiten. Wir bei uns verwenden ihn auch als Tages-Espresso in jedem unserer Cafes.